Auch schon das nächste Medi-Pack, cool. In your face, bitch. Ins Gesicht, wie du immer so schön zusammenfliegst. Ja. Ich mag dit, dit ins Gesicht. Ah, jetzt ist der Nable weg. Cool. Oh, Mann! Das findest du gut, damit ich deine tolle neue Kiste sehe. Ist mir aber wurscht. Ich mag dich trotzdem nicht. Okay. Nein, Spaß. Ja. Was ist jetzt eigentlich? Oh, Mann, ich komm hier immer ins Trudel, Mann. Was soll die Scheiße? Na, ich mein sie später. Hä? Du bist so ein Arschgesicht. Nein, sowas nennt man Arsch mit Ohren. Meine Mut... Nein, sowas nennt man A mit O. Was passiert jetzt eigentlich mit DMS Gamer Channel? Ähm... Na, der bleibt so bestehen und da kommt noch ein Video, wo ich auf den anderen Kanal hinweise. Und ja. Achso, also du lässt ihn so stehen, dass man die alten Videos noch gucken kann, oder wie? Ja, wär sonst ein bisschen scheiße. Achso. Aber neue kommen dann irgendwie keine mehr. Dann sagst du halt so, ja, ist Schluss, hier kommen keine Videos mehr, aber die alten könnt ihr gucken, oder wie? Ja. Das wär geil, so beim letzten Video, so, ja, äh, Ende mit DMS Gamer Channel bekommst du noch 200.000 Abonnenten. Davon kann man nur träumen, so. Was hast du eigentlich nochmal für ein Mauspad? Mauspad? Irgendein scheiß Mauspad. Äh... Irgendjens mal von Ikea. Ja. Hast du eins mit Handballenauflage? Nee. Das hab ich dich wahrscheinlich schon 10.000 Mal gefragt. Nee, so bloß 5.000 Mal ungefähr. So, jetzt aber, komm, jetzt noch einen Stunt. Oder zwei, oder... Wir machen hier seit 10 Minuten genau das gleiche. Ist doch höchst interessant für die Zuschauer. Nee, ich mach gleich mal einen anderen Stunt, da fahr ich mal durch die Stadt, oder so. Dann rase ich mal ein bisschen. Ich könnte jetzt Arsch mit Ohren sein, aber... Warum hast du Heli, oder was? Nein. Gut, weil sonst kann ich keine andere... Ah, doch. Boah, ein Mann! Ich bin weggefahren. Du musst gar kein Arsch mit Ohren sein, damit ich's nicht schaff und fail. So, jetzt bin ich mal ein A mit O. Nee, Spaß. Hä? Hä? Machst du Stress, Alter? Nee, komm, jetzt fahren wir mal. Sind wir heute schon ein Rennen gefahren? Nee. Echt? Ja. Ah, doch, stimmt. Da hast du so gewonnen. Ja, gut, dann fahren wir nochmal eins. Revanche. Hier noch durchschlängeln? Jawoll. Ins Gesicht. Action pur. Yes. Ah. Hier. Hier. Genau hier. Hier, Richi. Hier. 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 Hey, Richi. Hier. Also, auf die Plätze. Fertig. Los. Ich hätte gern so'n James Bond Auto, wo so Peaksindinger aus'n Felgen rausfahren, wo ich dann deine Reifen schrotten kann. Na da würd ich meine MP5 ziehen ... und weg. Scheiße. Okay, ich mach's doch nicht. Aber lass mal stecken, Richi Boah, jetzt wäre ich fast von der Straße abgekommen Nein Doch Red steht jetzt 1 zu 1 Weil du mich am Anfang mal gedrückt hast Ist meine Was ist? Nichts Boah, shit Scheiße, meine Kiste ist im Arsch Hey Boah Ja, dreh's mal richtig rum Naja, denkst du, ich fahre aus Langweilig hier drauf? Ja Mach kaputt Ich schieße nicht auf dich, ich zieh bloß auf die Karre Nein Richtig hin Alter, fall da, die Kiste will nicht Blödes Drecksding Mach sie down Scheiße Bin ich dir eigentlich noch eine Tötung schuldig? Ja, jetzt Scheiße Richi, willst du mich gleich töten? Nein, aber jetzt Scheiße Boah, warte, da ist so ein Warnschild Mal gucken, was da steht Nicht Richard abschießen High Voltage above Keep of Warning Hey, geil, das siehst du da, ein Warnschild hinbappt mir, hätte ich nie gedacht Ne? Ne Niemals Aber niemals Da ist ein Bille, guckst du mal hier Bede töte mit dem Handy Mit dem Handy, Hedgehot Bede töte Oh Toll Das ist aber schade Oh, fuck Oh, nee, bitte nicht Nein Da legt er sich nieder So, jetzt Jetzt ist Gleich Gönnende Gerechtigkeit Alle Jahre wieder Kommt der Richard-Idee Mit seinem Heli auf die Erde nieder Wo kleine Toko-LPs verängstig in der Ecke hocken So was muss ich in der Weihnachtszeit singen Wo bist du? Nein 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 Kann das sein, dass du dir immer erst Eine viel bessere Waffe holst und dann So, halt, versuchst mich abzuschießen Willst du mitfliegen? Ne, ja, ne, ja, ne, ja Okay, hier vorne bitte Ah, ne, stimmt Ich wollte schon auf die Fahrerseite Ich glaube nachher zog ich noch ein bisschen Battlefield 3 und dann geht's ab In der Haie Ich glaube der will auch mitfliegen Sollen wir mitfliegen lassen? Ne Doch Okay, von mir Boah, was hab ich für flotte Sportschuhe an Cool Na du kleiner Pups Oh, wo ist denn der? Sei ich doch Kleiner Pups Pupsi Toll, ich seh mal voll nix Ich seh nur mich Wie soll man denn so zielen? Ja, warte mal Ich versuch mal so neben dem zu fliegen Und du schießt es mal ab Ja, ja Willst du vielleicht noch eine M4 oder so? Ne, mit meiner fettkrassen Sniperpistole Reicht mir das ja Warte, warte, warte Nee Erstmal müssen wir denen helfen Weißt du, erstmal müssen wir denen helfen Er steht wieder Jetzt Jetzt sagt er erstmal Danke, fass auf Nice, thanks Und gleich knallt man ab Ne, lass ihn mal Lass ihn mal Ja Warte mal kurz Are Oh Wo ist denn? Nee, Z Are German Fragezeichen Nein Richi, du Sau Boots Ich nicht Yeah Soll ich ihm schreiben, dass er im LP ist? Nee Nee Mir doch egal Nee Selfies bin ich nicht Schade Vor allem ich nicht Schade Schade, schreit da Doch, doch Komma Bin einer Halt Ein Schmeidi Ah, der erkennt mich wahrscheinlich gar nicht als Tokolp Aber meine Abonnenten, die wissen ja so, dass ich Oh Oh ja Machst du Stress, Alter Lass mich Lass mich Okay Einer aus seiner Klasse hat voll putzig erzählt, so früher, als kleines Kind Lass mich wirklich, Richi Richi, bitte lass mich Ja, ich mach gar nichts Hat erzählt als Kind, hat seine Mutter ihm gesagt, so, jetzt machst du das Spiel aus Und er dann so, hat auf Beenden geklickt, dann steht da, wollen sie das Spiel wirklich beenden? Und er immer so, nein, ich will nicht, aber ich muss Das kann ich mir so voll vorstellen, weil es der aus meiner Klasse heißt, äh, ja okay, keine Namen, Urheberrecht und bla Aber auf jeden Fall So, 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 das kann ich mir voll vorstellen, weißt du, der kleine, süße Roman Äh, scheiße Sack Ja, das nenn ich mal Fail Ich will nicht, ich will nur den Sack in seinem Auto haben Der denkt, der wäre was Besseres, nur weil er sich ein Scheide Autos leisten kann Wo bist du? Nein, Boots Guck mal Fett, wie ich da gegen die Wand gefahren bin Ich habe eine Panzerfaust für dich, nein, habe ich nicht Hättest du jetzt irgendwie so ein Präzionsgewerbe, um mich zu töten, oder? Ne, ich nehme doch ein eigener Handy Ich, ich schreib mal, ich bin Was? Toco Ilp von YouTube Warum hast du eigentlich da LP dahinter geschrieben? Ja, und Toco wird ja doof aussehen, irgendwie viel zu kurz Toco Ilp Achso, da Es sind drei Silben Falls Dir Das Et Was Sagt Hattest du um die zwei Abonnenten Hey, 400 405, um genau zu sein Noch Aber was ich jetzt kann ja noch werden Hm, nie, nein Ich bin Der Bind Der Beste Äh, Pär Der Ne, Deutsch Deutschlands X D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d Hey, so kann man auch Abonnenten kriegen, ey, ohne Witz Hey Das ist ja genial, ey Ach, das bist du Ey, gerade wollte ich dich abknallen Na, mach, mach doch Ne, ich will, ich will den da haben Hat der Denkwolle, ich hole ihn mir nicht Oh, da haben sie zwei lieb Bist du gerade der, der dort abgelust, oder? Oh Oh, hab ich schon Nö, hab ich schon nicht Wer verliert gerade von euch? Keine Ahnung, weiß ich nicht Ich glaube, er Schaffe Schaffe du Nein Ja, genau, scheiße, ich höre einfach mal auf mit Schießen Na, na, willst du Stress, Alter? Ja Verdammt, er hat mich Scheiße Oh, mach mal fest auslachen Ah, toll, es geht ja nicht in den Chat rein So, wie viel Zeit haben wir noch? Äh, noch circa vier Minuten Bleib doch stehen, ich will doch nur dein Motorrad Sauber, sag, geh weg, komm, rein Ne, ich bringe jetzt komplett um, sonst verpetzt er mich noch beim Bullen Das wär blöd jetzt So, äh, oh, äh, hä, wie kann, oh, ich sitze mit dem Heli Nicht ganz optimal Suboptimal Kurz Stimmt, wollt ihr nicht durch die Stadt rasen? Dauern sind auch nichts geworden Mal kurz Mal gucken, was mir hier noch so alles macht Komm ich hier irgendwo noch raus? Und zwar hier am Ende eine halbe Stunde entlang Wir versuchen dich gerade zu bekommen, aber irgendwie scheint uns das nicht so zu gelingen Wie abzuknallen, Horace Naja, nein, 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 halt Äh Was, mich abzuknallen, ja Äh, nein, 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 natürlich nicht Wie kommst du auf das Schmalbrett? Nein Ihr doch nicht Ihr Wix, oh man Das ist so schwierig aus dem Heli zu schießen Nein, ich treffe dich nicht Ich werde dich nicht mal Ich kann's halt Oh, komm, hau bloß ab Vorbistisch Uha Hey, du Scheiße Nein, oh, mich ruft wer an Verdammt Hör mich auf wer Oh, verdammt Da machen wir einen Schnitt hier und Irgendwie, ah, okay Ja, dann ist jetzt eh fertig Dann hör ich jetzt eh auf Also bis zum nächsten Mal